Also habe ich am Ende doch gewonnen. Der letzte Nachkomme Martens ist in meiner Gewalt. Jetzt wird meine Herrschaft ewig wehren. Bist du sicher? Du allein hättest die Macht gehabt, mich zu vernichten. Jetzt hast du sie vertan. Für immer. Dann töte mich. Bring es zu Ende. Du bist keine Gefahr mehr. Deine Macht ist erloschen. Und die einzige Waffe, die mir schaden könnte, befindet sich in meiner Besitz. Das Lot. Das Lot war in der Parker-Tasche, den Jesa Ariel anhatte. Du hast... Er befindet sich in unserer Gewalt. Was habt ihr mit Jes gemacht? Was ist mit ihm... Genug. Du erinnerst dich an meine Worte, als wir uns das erste Mal gegenüberstanden. Mein Angebot von damals gilt noch immer. Du kannst mein Vertrauter werden. Überlege dir deine Antwort gut. Denn sie wird endgültig sein. Nimmst du an, dann gehörst du mir. Für immer. Nein. Du kannst. Du kannst. Du kannst. Schau mal auf die Fluchtfläche! Nudeln ist ein Wunscher! Set unschuldig, oder? Säge das! Er ist ja, wenn du das Fluchtfläche anstiegst. Geh, Geh! Geh, 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 Geh!